Hallo, wir sind hier heute bei unserem DIGA-Talk. Mein Name ist Astrid und das ist mein Kollege Jan. Guten Tag und herzlich willkommen. Inga Frohmann dürfen wir hier heute begrüßen von der CDU. Und die erste Sache, mit der wir uns so ein bisschen beschäftigt haben ist, wie kann eigentlich die Politik es schaffen, für mehr Beteiligung zu sorgen? Also erst mal ganz vielen herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf und klar können wir gerne gleich in die Frage starten. Ich glaube, heutzutage gibt es schon ziemlich gute Möglichkeiten, sich einzubringen und dadurch, dass das Thema Politik, glaube ich, auch viel mehr Aufmerksamkeit hat, nicht nur von den klassischen öffentlich-rechtlichen Medien, sondern im Prinzip jetzt von allen TV-Sendern ganz viel abgedeckt wird und die Medienlandschaft hat sich so verändert, dass die Bevölkerung viel mehr sensibilisiert ist für politische Themen und ich glaube, das ist erstmal ein total guter Start. Aber von dem sollte es aus weitergehen. Es gibt jetzt schon ganz viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen und ich finde es super, dass es ganz viele, vor allem auch Nichtregierungsorganisationen gibt, an denen man sich beteiligen kann, ob jung oder ob alt, man geht mal auf eine Demo oder es wird einfach irgendwie Aufmerksamkeit geschaffen. Und trotzdem muss ich sagen, ich bin ja Politikerin und deswegen mache ich immer ganz viel fleißig Werbung dafür, dass ich finde, man sollte auch wirklich versuchen, Verantwortung zu tragen und nicht nur von außen versuchen, die Politik zu beeinflussen, sondern selbst ein Teil davon zu werden. Und es geht in Berlin über die BVV zum Beispiel super, auch auf kommunaler Ebene, um kleine Dinge schon zu bewegen. Ja und welche Perspektive können Sie da auch jungen Leuten geben, sich politisch zu engagieren? Also es gibt zum Beispiel in Tempelhof Schöneberg und ich glaube fast allen Bezirken das Jugendparlament. Da kann man selber aktiv werden. Man kann dann eben Anträge über das Jugendparlament auch in die Bezirksverordnetenversammlung einbringen. Aber man kann eben auch selber sich politisch engagieren über die Parteien selber, weil die Parteien Politiker sind nicht irgendwelche fremden Leute, sondern das kann jeder von uns sein. Da wir ja schon beim Thema Jugend sind, hätte ich auch gleich eine Frage dazu, nämlich zum Thema Corona Krise, Bildung, Digitalisierung. Da gab es einige Probleme. Wie können wir für einen gerechten Zugang zur Bildung sorgen? Also es gibt ja schon jetzt den Zugang zu Bildung, also das auf alle Fälle. Aber ich glaube, dass die Digitalisierung eine viel größere Rolle spielen muss. Und Corona hat bei allem Übel, das es über uns gebracht hat, die Digitalisierung massiv vorangetrieben und in unser aller Leben viel stärker reingetragen. Also was vorher nicht möglich war, wie digitale Online-Meetings, auch in der Politik, ist jetzt auf einmal gang und gäbe. Ich habe eine kleine Tochter und jetzt kann ich an hybriden Sitzungen teilnehmen von zu Hause aus, was ich sonst hätte ich in der Art gar nicht politisch aktiv werden können. Aber ihr wollt ja auf das Thema Bildung zurückkommen. Ich glaube, wir brauchen in dem Bereich Digitalisierung noch eine viel stärkere Einbringung in den Schulunterricht selber. Auch an den Universitäten gibt es das inzwischen besser. Aber ich habe selber in Berlin studiert und es war wirklich schwierig oft. Ich habe auch die Möglichkeit gehabt, ins Ausland zu gehen. Und da ist es viel, viel einfacher gewesen, digitale Medien zu nutzen. Die Bibliothek war komplett digital. Blackboard oder Zusammenarbeiten, es war alles digital, einfach zugänglich. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Bildungsgerechtigkeit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich zum Beispiel komme selber nicht aus dem Akademikerhaushalt. Meine Eltern haben mich aber immer so gut wie möglich unterstützt, an die Uni zu gehen. Aber wenn man dann aus dem Nicht-Akademikerhaushalt kommt, dann fühlt man sich manchmal ganz schön überrannt. Man weiß nicht, was muss ich wo machen, wie funktioniert das hier überhaupt. Und man kann sich zwar durchfragen, aber ich bin da auch an vielen Stellen einfach gescheitert. An Unverständnis oder weil ich es einfach gar nicht wusste. Und da würde ich dann gleich ansetzen. Entschuldigung, ja. Zum Thema psychische Belastung. Ja. Wie kann dann die Berliner Politik durch die Corona-Krise, die hat sehr starke psychische Belastungen bei den Jugendlichen ausgewicht, wie man dagegen wirken kann und was man tun kann? Also ich glaube, erst mal ist es total wichtig, dass wieder so ein bisschen mehr Alltag in unser Leben kommt. Aber gerade für Jugendliche stelle ich mir das halt super und auch Kinder total schwer vor. Also bei meiner Tochter, die ist jetzt noch ganz klein, habe ich es aber auch gesehen, wie ihr diese sozialen Kontakte gefehlt haben. Und ich bin heilfroh, dass sie jetzt in die Kita geht und da das miterleben kann. Aber das ist natürlich für sie nicht so dramatisch gewesen wie für Jugendliche, für die das in dieser ganz wichtigen Zeit, das Erwachsenwerden, dieser soziale Austausch wichtig ist. Und deswegen glaube ich, brauchen wir da Hilfe. Ich habe zum Beispiel bei uns in Friedenau mit mehreren Lehrern gesprochen und die wünschen sich einfach noch viel mehr Fachpersonal, gerade für diesen Bereich, weil als normale Lehrkraft ist man damit auch ganz oft einfach überfordert. Die müssen den Unterricht vorbereiten, dann mal hybrid, mal nicht. Und dann war da wirklich auch ein Lehrer vor mir, der ganz ergriffen war, weil er eine Schülerin hat, um die er sich wirklich ernsthaft Sorgen macht und er weiß nicht, wie er es noch schaffen soll. Und den können wir da nicht alleine lassen und die Schülerin auch nicht. Also da muss es Zugang geben, aber auch wir brauchen viel mehr psychologische, ausgebildete Kräfte. Also das ist auch eine Bildungsfrage an den Unis. Sie haben ja jetzt über ganz viele Probleme, die den Kindern auch begegnen, geredet. Eine Sache, die auch ein Problem darstellt, ist struktureller Rassismus, auch im Bildungssystem. Was hat die CDU da für Pläne? Also ich glaube, es gibt, man muss das so ein bisschen erstmal auch in der Perspektive sehen. Schulmaterial muss, glaube ich, ohne Frage immer wieder abgedatet werden und auf einen neuen Stand kommen. Das, was als Unterrichtsmaterial vor 50 Jahren normal war, hat sich dann geändert bei mir und es wird heute anders sein. Und ich glaube, dass Schulmaterial auch ganz viel geprüft werden muss und auf den neuesten Stand gebracht werden muss. Insgesamt hat sich aber auch unsere Gesellschaft geändert. Das, was für vielleicht unsere Großeltern noch selbstverständlich war, bestimmte Wörter zu benutzen, das ist heute einfach nicht mehr der Fall. Aber unsere Großeltern lernen auch. Die würden das heute gar nicht mehr so benutzen. Einige schon, aber viele lernen eben auch. Ich glaube, das muss man auch anerkennen. Man muss die Leute mitnehmen, um das und nicht sagen, sie sind alle dumm. Und wie kann man so diversen Meinungen vielleicht etwas mehr Raum geben, nicht nur bei Bildungsthemen, sondern allgemein in der politischen Debatte? Also ich bin großer Fan von Jugendaustauschprogrammen, weil ich selber auch daran teilgenommen habe. Und ich glaube, das muss auch gar nicht in die Ferne sein. Das kann einfach schon sein, wenn man mal aufs Land geht oder die Leute, die auf dem Land leben, mal nach Berlin kommen und da einfach mal zwei Wochen den Schulalltag mit erleben. Ich glaube, dass das ganz, ganz viel bildet, wenn man einfach sieht, es gibt andere Lebensweisen. Bei den Jugendaustauschprogrammen, an denen ich teilgenommen habe, wurde immer gesagt, es ist nicht gut, es ist nicht schlecht, es ist anders. Und ich glaube, das ist ein großes Ziel, was man haben kann, um andere Lebensweisen erst mal kennenzulernen und dann Verständnis dafür zu entwickeln. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir das viel mehr Schülerinnen und Schülern insbesondere auch zugänglich machen können, aber genauso auch Studenten, wie zum Beispiel mit den Erasmus-Programmen. Und da Sie ja jetzt über die verschiedenen Lebensweisen geredet haben, hätte ich dazu auch noch eine Frage, nämlich wie kann Wohnraum denn gerecht verteilt werden, jetzt unabhängig von sozialen und kulturellen Hintergründen? Also wir haben, glaube ich, viel zu wenig Wohnraum in Berlin. Da sind wir uns wahrscheinlich alle darüber einig. Und wir müssen eben eine Lösung finden, wie wir das verbessern können. Und auf der einen Seite ist es wichtig, dass wir Wohnraum schaffen und dass wir auch Wohnraum besser verteilen. Die CDU hat da verschiedene Programmpunkte sich überlegt, wie wir das machen wollen. Also es soll zum Beispiel ein Bündnis für bezahlbares Wohnen geben. Das gibt es in ähnlicher Form schon in Hamburg, also einer Großstadt, die auch Wohnungsprobleme hat. Und das läuft da schon seit einigen Jahren und auch sehr positiv. Das heißt nicht nur Mieter und Vermieter, Genossenschaften, aber auch private Vermieter. Also jeder, der in irgendeiner Form an der Schaffung von Wohnraum oder am vorhandenen Wohnraum beteiligt ist, soll sich an einen Tisch setzen und soll dann Lösungskonzepte entwickeln. Nachdem Sie ja schon über die Zukunft geredet haben, wie sieht denn für Sie eine Zukunft mit bezahlbaren Wohnen jetzt genau aus, so kurz zusammengefasst? Also wir möchten zum Beispiel, dass es gerade auch für mittlere Einkommen einen Mieterzuschuss gibt. Das ist, dass man eben auch mit einem mittleren oder geringen Einkommen in der Stadt wohnen kann und nicht zum Beispiel an den Rand gedrängt wird. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Okay. Apropos Wohnungen und Platz, wo man sich zu Hause fühlen kann. Viele haben jetzt auch durch Klima-Event oder Klimakatastrophen ihren Lebensraum verloren und das kann ja auch hier in Berlin passieren. Und wie kann sich das Land Berlin vielleicht auf eine Klimakatastrophe vorbereiten? Also vorbereiten auf eine Klimakatastrophe, Katastrophenschutz. Aber natürlich gibt es da noch ganz viel darüber hinaus. Zum Beispiel habe ich auch vier Jahre hier in Friedrichshain gewohnt und mir ist aufgefallen, wenn hier mal 30 Grad sind, dann zerfließt man. Also es kocht. Und das liegt auch daran, weil Friedrichshain nicht besonders grün ist. Ich wohne jetzt in meinem Wahlkreis in Friedenau. Da ist es traditionell Teil der Wohnbebauung, dass jedes Haus einen Vorgarten haben muss. Dadurch ist die ganze Stadt viel grüner, obwohl wir der am dichtesten besiedelte Ortsteil von Berlin sind. Aber das Klima ist komplett anders und es ist auch viel angenehmer zu wohnen. Und wir haben ganz viel Tierwelt, was man in Berlin gar nicht so meinen mag. Ich glaube eben, wir haben schon eine ganze Menge versiegelter Flächen und da müssen wir aufpassen, dass wir die nicht noch mehr versiegeln, sondern eher noch wieder entsiegeln, heißt das so. Und die Flächen, die wir haben, ordentlich nutzen. Zum Beispiel gibt es bei meinem Wahlkreis das konkrete Problem, da soll eine Kleingartenkolonie aufgegeben werden und dann soll da eine Schule gebaut werden. Also soziale Infrastruktur und wir alle brauchen Schulen. Also es ist total wichtig, beides ist total wichtig. Und dann stellt sich eben für die Politik die Frage, wie können wir das jetzt nutzen? Das ist halt so ein ganz konkretes Problem. Und ich bin zum Beispiel dafür und die CDU insgesamt möchte die Kleingartenanlagen schützen, weil sie das eben als wichtigen Lebensraum empfindet. Und dafür lieber jetzt schon versiegelte Flächen für den Schulbau nutzen. Und das ist möglich. Das ist ein bisschen Geld, aber ich finde, das muss es uns wert sein. Okay. Und wie hat die CDU vor, vielleicht auch Verantwortung zu übernehmen für das Land Berlin aus Sicht des Klimas? Wir möchten ja, dass das Land Berlin langfristig auch klimaneutral bleibt. Wird, nicht bleibt, wird. Und wir stellen uns ganz verschiedene konkrete Programme vor, wie auch zum Beispiel die Förderung von Solarflächen. Ich persönlich zum Beispiel möchte auch, dass da das Land Berlin, das den größten Teil an Dachflächen bietet, selber Vorreiterrolle wird. Ich möchte nicht, dass Berlin sich an anderen Hauptstädten und Metropolen orientiert, sondern die soll sich an uns orientieren. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass auch das Land eine Vorreiterrolle übernimmt, um eben auch Privatpersonen Anreize zu schaffen und sage, ja, das möchte ich auch. Und da brauchen wir Förderprogramme und vor allem leicht zugängliche Förderprogramme, wie ich es gelernt habe. Und ganz abschließend, in drei Worten, wie stellst du dir das Berlin der Zukunft vor? Drei Worten auch noch, oh Gott, oh Gott. Also Berlin als Metropole der Zukunft.